Also da kann ich wirklich rückblickend sagen, Leute, holt euch, wenn es passt und wenn es das Finanzielle hergibt, muss man immer beachten, holt euch frühestmöglich einen Coach, weil ihr spart, ihr spart wirklich Zeit, also ihr spart Zeit, aber ihr spart im Endeffekt auch Geld, weil euer Coach kann halt wirklich sagen, okay, das ist gut und das ist scheiße, weil einfach heutzutage kommen so viele Sachen, so viele Informationen rein. Und wenn ihr einen guten Coach habt und der euch wirklich Sachen sagt, also könnt ihr auch einen Haufen sparen und der kann euch auch wirklich dann noch gut voranbringen. Ja Leute, es geht mal wieder mit was Neuem los, denn am 25. Mai findet endlich nach sehr langer Wartezeit mal wieder eine Pro-Show in Deutschland statt. Ich feiere das richtig und bin auch der Meinung, dass hier in Deutschland mehr, ja, mehr als, dass es mehr als Zeit wird für eine neue starke Pro-Show. Deshalb merkt euch schon mal den Termin vor 25. Mai in St. Leon Roth in Baden-Württemberg, die German Classic Pro-Show. Das Besondere an der Show ist für die Classic Physik-Jungs, dass hier bereits jetzt acht deutsche Classic-Jungs zugesagt haben und die Bühne wird definitiv voll werden und es wird ja einen richtig spannenden Wettkampf geben. Der beste deutsche Classic Physik Pro wird dann dort herausgestellt und wir sind bei der Veröffentlichung der Folge jetzt mit meinem ersten der Kandidaten, ich komme gleich dazu, wer es ist, sind wir eight weeks out, wenn die Folge veröffentlicht wird. Und natürlich werde ich versuchen, alle deutschen Classic Physik Pros auch, die teilnehmen, in den Podcasts zu holen. Besonders freue ich mich jetzt aber heute, dass den Kick-Off nämlich dieser German Pro-Show Specials heute einen Gast macht, der auch seine Premiere in diesem Podcast feiert. Er ist Classic Physik Pro seit 2023 und hat bereits Luft auf der internationalen Bühne geschnüffelt und hat es aus irgendwelchen Gründen auch geschafft, sich durchzuschmuggeln, ohne bei mir im Podcast zu sein. Herzlich willkommen, lieber André Gerstner und schön, dass du da bist. Ja, hallo, schön, dass ich da sein darf und danke für deine schöne Einleitung. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was mich heute erwartet und was du mir für interessante Fragen stellst und ja, ich freue mich auf das Gespräch. Ich mich auch, André. Und das Geile ist es so nicht, also wirklich, die Leute hören es ja nicht, aber davor jetzt schon, allein die ersten zehn Minuten mit dir vor der Aufnahme zu sprechen, dachte ich mir so, okay, da waren wieder so viele spannende Punkte mit dabei. Okay, ja, ich meine, wir haben uns jetzt auch so schon mal unterhalten und ich verfolge dich auch schon und deinen Weg eben und dementsprechend weiß ich einfach, wie spannend du bist und freue mich, dass die Leute jetzt auch mehr über dich erfahren, wie lediglich das, was sie vielleicht auf deinem Profil sehen. Aber an der Stelle sollten sie dir auf jeden Fall folgen, wenn sie es noch nicht tun. Profil ist unten verlinkt. Direkt jetzt mal die Frage an dich, wie geht es dir denn heute, wo wir aufzeichnen, 10 Weeks out vor dieser Pro-Show? Ja, aktuell geht es mir wirklich gut. Also wir hatten es gerade schon im Vorgespräch, es gibt ja immer in der, in so einer Wettkampfvorbereitung gibt es ja immer verschiedene Phasen, also man geht da am Anfang, geht man rein, dann hat man meistens noch sehr viel Essen, aber dann denkt man sich im Kopf schon so, okay, es ist irgendwie ein bisschen wenig, aber ja, dann kommt irgendwie so diese nächste Phase, okay, ich habe eigentlich noch mehr als genug zu essen, die Form kommt ganz cool rein, man kriegt so die ersten Cuts und man fühlt sich cool, also man kann schon, der Bauch wird ein bisschen leerer, man kann eine schöne Vakuum ziehen und man fühlt sich ja noch voller Energie geladen und in dieser Phase befinde ich mich gerade. Also wir hatten es gerade auch schon im Vorgespräch, also meistens geht das ja so bis so drei Weeks out, vier Weeks out und dann kann es halt auch mal ein bisschen kippen und ja, dann kann auch aus dieser Phase, wird es dann einfach eben knackig und dann ist auch egal, wie viele Kalorien man noch hat, was man noch zur Essenverfügung hat, dann hat man niedrigen KFA, bestmöglich und dann wird es auf jeden Fall meistens schwer oder eher gesagt hart, aber aktuell geht es mir wirklich gut und ja, ich freue mich auf jeden Fall, wie sich die weitere Form entwickelt. Du siehst auf jeden Fall jetzt schon verdammt, verdammt gut aus, das kann man sagen, wenn man sich verfolgt, wird richtig spannend. Nimm uns doch mal auch mit, für die, die jetzt dich noch nicht so lange kennen, André, wie kommst du denn überhaupt zum Wettkampfbodybuilding? Hm, gut zum Wettkampfbodybuilding, also muss ich eigentlich ein bisschen weiter ausholen? Gerne. Also ich mache eigentlich schon den Sport, ich habe den angefangen, ich bin jetzt 29 und ich bin mit 16 schon ins Fitnessstudio. So und dann fängt das ja immer so an, also man geht erstmal ins Fitnessstudio, man macht ein bisschen Bankdrücken, aber von da an habe ich das eigentlich schon sehr intensiv gemacht, auch relativ schnell mich schon mit der Ernährung beschäftigt, so der Klassiker, morgens ein halbes Kilo Magerquark, abends auch nochmal und immer versucht, da auch schon echt alles on point zu machen irgendwie und dann hat sich das natürlich immer weiterentwickelt. Dann fängt das irgendwann an, okay, man isst nicht mehr mit der Familie mit, also schon mit, aber man macht sein eigenes Essen, schon mit Hühnchen und Reis. Das hat dann auch schon relativ früh angefangen, aber ich muss sagen, ich hatte nie eigentlich, ich fand es immer geil, wenn die Leute auf der Bühne stehen, aber ich habe mich da nie selber gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann war 2020 dann, also so circa vor drei Jahren, da kam es mir dann schon so in den Kopf, weil alle immer gesagt haben, André, du musst auf die Bühne, mach das doch mal. Aber da habe ich immer gesagt, ja, aber ich habe nie eigentlich, ich habe eigentlich einfach gesagt, ich fühle mich noch nicht bereit. Also das ist auch eine ganz wichtige Sache, viele fragen mich immer, soll ich auf die Bühne? Und ich sage einfach, nee, also dein Kopf und das gibt dir irgendwann ein Zeichen, jetzt bist du bereit. Also man muss das auch aus eigenem Willen machen, man dürfte sich da von keinem reindrängen lassen. Man muss wirklich sagen, bei mir kam dann so dieser Schalter und dann habe ich so gewusst, okay, ich bin bereit und dann let's go. Und dann, ja, war dann 2023, Januar haben wir dann die Diät gestartet und das lief von Anfang bis Ende einfach unfassbar gut, weil ich denke, ich war auch relativ gut vorbereitet. Also ich habe immer mal so eigene Diäten gemacht, waren auch schon relativ krass, aber meistens auch relativ lang. Aber da habe ich meinen Körper schon relativ gut kennengelernt. Aber das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man das von innen fühlt und nicht sich auf die Bühne stellt, nur weil das aktuell der Trend ist oder weil man vielleicht irgendwelche Leute beeindrucken will. Also man merkt es einfach, wenn man Lust drauf hat, dann macht man das. Wenn man keine Lust drauf hat, dann lässt man es einfach und macht so einfach eine schöne Diät. Und dann, ja, habe ich den ersten Wettkampf gemacht. Das war damals die All-Star-Classics in Augsburg. Da habe ich dann auch den Gesamtsieg gemacht und dann hat in mir so das Feuer gebrannt. Also ich war am Abend, ich war einfach so happy und habe genau so gewusst, oh, das will ich machen. Und dann, ja, war ich dann zwei, drei Wochen später war ich dann Profi. Und das hat mir so einen Spaß gemacht. Und auch nach Alicante, wo ich es dann noch im Profi-Wettkampf gemacht habe. Also ich habe eigentlich zu Max gesagt, ich will weitermachen, weitermachen. Dann hat Max aber gesagt, nee, André, jetzt gehst du mal wieder in den Aufbau. Also es hat unfassbar Spaß gemacht. Und man merkt auch wirklich, wenn man dafür brennt einfach. Also, ja. Das ist so schön. Also alleine, was du jetzt gerade schon von deinem Weg beschreibst, André, ich glaube, da können viele, die vielleicht an einem jüngeren Punkt, sage ich jetzt mal, noch stehen, viel daraus mitnehmen. Weil genau das ist immer so spannend, so rauszuhören, was war so der Grund jetzt gerade bei dir, damit auch anzufangen mit dem Ganzen. Und das heißt, du hast sozusagen von 16 bis 28 oder 27? Ja, 27 ungefähr. Und hat sie die ganze Grundlage geschaffen und im Endeffekt schon Bodybuilding sozusagen gelebt? Also ich habe das wirklich gelebt. Also auch alle bei mir im Fitnessstudio haben das immer schon gesagt. Und auch erfahrene Leute haben wirklich gesagt, geh doch mal auf die Bühne, mach das, mach das. Und ich habe einfach immer wieder gesagt, nein, also ich habe mich einfach nicht bereit dafür gefühlt. Und für mich war es auch am Anfang erst mal komisch, man hat ja auch einen Posing-Slip an. Und also viele denken sich immer, für mich war das am Anfang komisch, also sich einen Posing-Slip halt erst mal auf eine Bühne zu stellen. Das ist halt irgendwie auch so einfach ein Gewöhnungsprozess. Kann halt auch nicht jeder. Und jetzt, ja, jetzt finde ich es eigentlich nur noch cool. Also, ja, muss man sich halt auch im Klaren sein. Das ist so geil, weil ich glaube, André, gerade jetzt deinen Weg, wie du es beschreibst, so, weil du sagst, wenn manche Leute dann sagen, ja, jetzt auf die Bühne, weil es ist gerade so ein bisschen der Trend oder die Bühne um, ich sage jetzt mal, ja, weil andere sagen, hey, du hast das Potenzial oder das wäre doch was für dich, du hast eine tolle Ausstrahlung oder so. Ich glaube, so ist es dann langfristig immer gefährlich, weil gerade bei diesem Bodybuilding stehen ja die 364 Tage hinter, wo du Bodybuilder sein darfst, damit du da oben auch dein Paket bringen kannst und nicht andersrum fährst. Also, finde ich übelst cool, wie das bei dir so gekommen ist. Jetzt gerade so mal nochmal kurz auf die ganzen Trainingsjahre geblickt, wo du da angefangen hast. Wie hast du da so trainiert und gegessen und gelebt als Bodybuilder und wie hat sich das dann auch so über die vielen Jahre entwickelt? Was hat dir da geholfen? Hattest du da irgendwelche Leute, wo du Content konsumiert hast oder irgendwelche Mentoren oder wie war das bei dir? Also jetzt konsumiert war viel YouTube. Also da habe ich wirklich viel mir Informationen geholt. Auch Instagram. Also, ja, ich war nicht von Anfang an immer so. Also, ich habe auch relativ spät erst Instagram mir geholt. Da dann drüber, aber viel über YouTube. Und ja, das waren eigentlich so die Hauptquellen. Und wie ich es gerade schon beschrieben habe, also es war halt wirklich so ein, einfach so ein gewisser Prozess. Also, man fängt ja nicht von 0 auf 100 an und isst sein Hühnchen mit Reis das ganze Jahr. Also, das ist so ein ganz schleichender Prozess. Und man will immer, also weil man so diesen innerlichen Selbstantrieb hat, man will ja immer was optimieren. Also, man als Bodybuilder, ich denke als erfolgreicher Bodybuilder, will man immer optimieren. Also, man denkt sich, okay, was kann ich am Essen noch optimieren? Wie kann ich das noch optimieren? Und dann stellt man auch Sachen mal um. Und ja, wie gesagt, das war einfach ein extrem langer Prozess. Im Training, muss ich sagen, habe ich immer sehr viele Jahre zu viel trainiert. Also, der Klassiker. Also, wirklich alles immer und viel zu viel. Und dann habe ich mich aber auch dort mit beschäftigt. Und dann wurde es auch sehr schnell besser. Also, ich habe mich wirklich mit dem Training beschäftigt. Auch wieder viel YouTube. Ich muss sagen, ich habe mir von vielen Leuten Informationen geholt. Und habe dann wieder gefiltert, okay, was ist jetzt eigentlich für mich relevant? Was ist gut? Was ist schlecht? Und habe aber auch dann Sachen länger ausprobiert. Also, ich muss sagen, ich habe ganz viel Roman Fritz auch geguckt. Und habe mir da zum Beispiel so Sachen geholt. Also, ich kann mich noch an ein Video von ihm erinnern, wo er, glaube ich, gesagt hat, okay, er macht Hecksquad, vier Sätze, 20 Wiederholungen. Und egal, wie lange die 20 Wiederholungen dauern, er macht die vier Sätze. Und dann bin ich ins Fitnessstudio, habe da maximal Gewicht drauf gemacht. Und wenn so ein Satz drei Minuten gedauert hat, habe ich das halt gemacht. Ich muss aber wirklich dazu sagen, ich könnte das jetzt nicht mehr. Also, unmöglich. Aber ich habe das damals gemacht. Und ob das damals, ob das heute noch effektiv wäre, weiß ich nicht. Aber zu der Zeit hat es mir viel gegeben. Und ich habe auch da, denke ich, ganz gute Muskulatur aufgebaut. Also, ich war schon ein Verfechter, sich eigentlich eher im Training richtig wegzuschrotten. Also, ich war meistens oft kaputt. Aber weil es mir auch einfach Spaß gemacht hat. Ich habe das da auch wieder. Ich war eher so dieser Mensch, der im Fitnessstudio rumgelaufen ist. Pulli drüber, Kapuze. Also, nicht unbedingt Kapuze, aber meistens Pulli. Ich habe mich sehr bedeckt gehalten. Ich habe eigentlich immer eher das Gefühl gehabt, dass ich zu dünn bin. Und die anderen sind alle im Tanktop rumgelaufen, obwohl ich wahrscheinlich trotzdem schon der breiteste war. Aber ich kam mir da einfach immer noch zu dünn vor. Aber auch, weil es mir unfassbar Spaß gemacht hat. Einfach so auch ins Fitnessstudio. Zum Beispiel, ich hatte jahrelang immer Sonntagsbeine. Und ich bin einfach Tunnelmodus rein und habe da meine Beine weggeschrottet. Und dann war der Sonntag, war es ein geiler Sonntag für mich. Ja, das waren so die Anfänge. Und da muss ich sagen, haben sich, ich bin jetzt zwei Jahre als mit diesem Aufbau bei Max. Und da hat sich dann auch nochmal einiges geändert. Also, das war praktisch mein erster Coach. Also, ich habe mir sehr spät auch erst einen Coach geholt. Und da wurde dann doch nochmal alles optimiert. Und dann, also da kann ich wirklich rückblickend sagen, Leute, holt euch, wenn es passt und wenn es das Finanzielle hergibt, muss man immer beachten, holt euch frühestmöglich einen Coach. Weil ihr spart, ihr spart wirklich Zeit, also ihr spart Zeit, aber ihr spart im Endeffekt auch Geld, weil euer Coach kann halt wirklich sagen, okay, das ist gut und das ist scheiße. Weil einfach heutzutage kommen so viele Sachen, so viele Informationen rein. Und wenn ihr einen guten Coach habt und der euch wirklich Sachen sagt, also könnt ihr auch einen Haufen sparen und der kann euch auch wirklich dann noch gut voranbringen. Sehr, sehr wichtiger Punkt und ich finde es so spannend. Ich habe ganz viele Parallelen gerade so von meinem eigenen Weg rausgehört. Ich finde es übelst cool, dass du auch, ja, im Endeffekt viele Jahre halt selber mal dich, ja, try and error und ausprobiert hast, die unterschiedlichsten verrückten Sachen. Und gleichzeitig jetzt auch sagst, hey, Stand heute würdest du einem jüngeren Ich aber auch den Advice mitgeben, hey, wenn es für dich möglich ist, hol dir auf jeden Fall jemanden. Weil viele, weißt du, die suchen immer so nach der Abkürzungspille. Und dann denke ich mir so, naja, jemand, der halt den Weg schon gegangen ist und weiter ist, ist im Endeffekt immer der richtige Ratgeber. Richtig cool. Ich muss auch wirklich sagen zu mir, also ich coache auch Leute, also was teilweise, obwohl es so viele Informationen gibt, auch wirklich gute und basic Informationen, bin ich doch wirklich manchmal erschrocken, wie uninformiert doch dann wieder die Leute sind. Also auch ganz einfache Sachen, so zum Beispiel, teilweise wissen die Leute jetzt nicht mal, okay, eine Kartoffel ist Kohlenhydrate, so ganz einfache Sachen. Und dann denke ich mir auch, also es gibt schon so viel Information und dann ist ein Coach auf jeden Fall echt ganz gut angebracht. Toll. Das ist, André, also auch wenn es so ein bisschen einen kleinen Exkurs, aber ich nehme das auch so wahr im Coaching. Und ich habe mir da manchmal die Frage gestellt, warum ist es so? Ich selber konnte es mir auch nicht ganz beantworten. Ich glaube einfach, viele Leute konsumieren vielleicht nicht richtig. Die sind nicht so dann bei der Sache und nehmen sich dann auch wirklich vor, da was daraus mitzunehmen. Keine Ahnung, läuft ein Podcast oder läuft ein YouTube-Video halt einfach mal so nebenher und es fließt hier rein und da wieder raus. Weil, wie du sagst, an sich gibt es super viel Content und die Informationsmöglichkeiten sind ja da wie noch nie zuvor. Und vielleicht ist aber auch manchmal fast ein bisschen zu viel und die Leute, es bleibt nicht das Richtige hängen. Ja, das stimmt ja. Aber da bin ich heute sogar noch so, dass ich echt heute auch noch versuche, überall Informationen irgendwie aufzusagen. Auch wenn es in einem Video ist, auch wenn es manchmal irgendwie mentale Sachen sind, die man einfach aufnehmen kann. Wie sind andere Leute mit gewissen Situationen umgegangen? Also das ist heutzutage ja auch wichtig, weil viele Bodybuilder, es kommt ja zum Beispiel in so einer Wettkampfvorbereitung, kommt es immer zu verschiedenen Problemen, aber andere hatten andere Probleme und vielleicht erreicht dich dieses Problem in deiner nächsten Wettkampfvorbereitung mal. Und dann weißt du, okay, wie ist er damit umgegangen und dann kannst du das vielleicht als Hilfestellung irgendwie nutzen. Weil jede Wettkampfvorbereitung ist einfach anders. Das weißt du wahrscheinlich noch besser als ich. Absolut und deshalb liebe ich auch so diese Möglichkeit der sozialen Medien. Viele verteufeln dir heutzutage immer ein bisschen und ich sage immer, hey, kommt immer darauf an, wie du es für dich nutzt. Und genau das, ja, einfach zu teilen, auch Struggles, schwierige Phasen und da von anderen Leuten wieder was mitzunehmen. Jetzt hast du schon beschrieben, deine Saison 2023 war, ich würde es in meinen Worten wirklich als abartig starke Wettkampfsaison bezeichnen. Geh da gerne nochmal drauf ein. Also ja, gerade auch so, du hast vorhin kurz mal beschrieben, was die Wettkämpfe waren, wie es gelaufen ist. War die Planung von vornherein direkt für dich so die, für die ProCard anzutreten? Gerade ja in der Klasse wie der Classic Physik ist die Konkurrenz extrem hoch. Also dann hast du die ProCard auch gewonnen. Also nimm uns da gerne mal mit, wie so, wie Herangehensweise war auch für dich vom Mindset her und wie du es dann erlebt hast. Okay, also ich sag's mal, ich geh mal so. Also im Vorhinein, also bevor ich war ja dann so zwei, drei Wochen out und da haben mir natürlich schon ganz viele geschrieben, du wirst Profi, du machst das. Ich muss echt sagen, dass ich das sehr gut von mir ferngehalten habe. Natürlich habe ich immer Danke gesagt, aber habe das wirklich von mir ferngehalten, weil ich mir da echt gar keinen Druck aufbauen wollte. Natürlich findet man sowas auch cool, aber ich bin auch einer eher, wenn ich sowas höre, tut es mich noch mehr innerlich so ein bisschen beschleunigen. Also ich würde mich auf sowas nie ausruhen, weil im Endeffekt ist das nur, in Anführungszeichen, Gerede, obwohl es die Leute wirklich lieb meinen und nett meinen und einen auch pushen wollen. Was mir auch wirklich hilft, muss ich sagen. Also das ist jetzt nicht so, wo ich, manchen kommt es ja nicht zugute, wenn man gesagt bekommt, oh man ist unfassbar gut. Man muss natürlich dann auch wissen, okay, wenn es nicht klappt, dann ist es natürlich auch nicht so schön. Aber ich habe für mich einfach erst mal gesagt, ich bin auf der Oldster Classics gestartet und da war so, es gab so einen Torhammer, der steht dort hinten und das war der Gesamtsieg. Und ich habe für mich schon gesagt, ich will diesen Torhammer haben. Also ich bin schon, also ich muss sagen, ich bin schon da hingefahren, habe gesagt, ich will dieses Ding haben. Und ja, so bin ich da hingefahren und dann habe ich es auch gewonnen. Also ich habe meine Klasse gewonnen, dann den Gesamtsieg gewonnen. Also das muss ich sagen, da bin ich schon so hingefahren. Ich will das Ding, soll am Abend in meinem Auto stehen, dann will ich wieder heimfahren. Obwohl ich grundsätzlich nie so bin. Also das war wirklich, aber ich wollte das Ding. Also so bin ich auch auf den Wettkampf gefahren. Und man muss sagen, es war mein allererster Wettkampf. Also ich stand das erste Mal oben auf die Bühne. Ich bin das erste Mal auf die Bühne gelaufen. Und um euch da vielleicht mal mitzunehmen, auf die Bühne, wo ich das erste Mal gelaufen bin, war ich schon sehr angespannt. Also vor allem das erste Mal, wenn du hinten so die Treppen hochläufst, da kommt schon das erste Mal. Also bis dahin war alles okay. Aber dann so das erste Mal, okay, ich war echt angespannt und auch aufgeregt etc. Und dann passiert aber diese eine Sache, was dir alle vorher sagen. Erstens, du siehst vorne keine Leute. Du nimmst keinen richtig wahr. Und es ist einfach unfassbar schnell wieder vorbei. Also du bist innerhalb von zwei Minuten wieder runter und dann ist einfach alles wieder rum. Genau. Und dann habe ich da halt den Klassensieg gemacht und den Gesamtsieg. Und dann ging es schon eine Woche später nach Warschau, nach Polen. Da haben natürlich auch viele gesagt, du holst dir die Pro-Card und so weiter. Da wurde ich dann leider Zweiter. Was aber zu dem Zeitpunkt, also es war damals wirklich eine schwierige Sache. Das war halt ein Prole. Aber der war genauso gut. Also das war absolut verdient. Wirklich da, viele haben das anders gesehen. Aber ich habe danach hinein auch mit Max drüber geredet und der hat das auch live gesehen. Das war schon absolut verdient. Also wir waren relativ gleichwertig, aber es war absolut verdient. Und da, natürlich war ich da am Anfang in mir traurig. Aber relativ schnell einfach wieder die Euphorie gepackt, weil wir direkt gesagt haben, in zwei Wochen ist das nächste Ziel. Und dann holen wir uns das Ding. Und da muss ich sagen, bin ich auch wieder hingefahren. Ich will das Ding. Also natürlich fährt man mit einem gewissen Rückenwind hin, wenn man einmal Erster wurde, dann Zweiter. Natürlich hat man auch Angst irgendwie, dass es nicht klappt. Aber das ist ja immer so. Aber ich bin da schon mit einem gewissen Rückenwind hingefahren. Vor allem das ganze Team war dabei. Also das hat unfassbar gut getan. Wir waren da mit dem ganzen Team da. Das war schon unfassbar schön. Und dann hat es in Polen, in Support, hat es dann geklappt. Da wurde ich dann Profi. Ja, und dann war das. Ich will da unbedingt reinfragen, André, weil das ist schon crazy. Ich meine, es liegt ja an sich jetzt für dich. Du kannst dich sicher sehr gut noch an den Moment erinnern. Und ich will das immer fragen, weil ich das selber noch bei mir auch voll eingespeichert habe, wie es war bei mir. Was ging dir so durch den Kopf, als du diese Pro-Card in der Hand gehalten hast? Boah, das war schon. Also das habe ich vielleicht so ein bisschen weggelassen, den vorhin. Also ich habe schon davor so immer drei Jahre von geträumt, mal Bodybuilding-Profi zu werden. Also das war immer so etwas, was in meinem Kopf war, ganz hier hinten. Aber ich habe das nie gesagt. Also ich hätte nie, ich wäre nie ins Fitnessstudio gegangen, nie. Und hätte gesagt, ich wäre Bodybuilding-Profi, nie. Das war einfach so etwas, so etwas Hohes. Und das hätte ich nie gesagt. Also ich kann auch viele Leute nicht verstehen, die einfach sagen, okay, sie werden Bodybuilding-Profi. Also weil es ist schon, es ist schon eine extreme Leistung. Und also ich hätte das nie gesagt. Und wo es dann halt passiert ist, natürlich, dann geht halt alles irgendwie durch. Und man merkt halt so einfach, also man, es ist so eine gewisse, okay, du hast dir jetzt jahrelang den Arsch aufgerissen. Und jetzt hast du so diese, einfach diese Belohnung für dich selbst erst mal, dass du das geschafft hast. Weil das ist schon wirklich ein Ziel. Und ja, dann, ja, ich bin halt einer, ich kann halt auch nie Ruhe geben. Ich versuche dann direkt, will dann direkt immer das Nächste machen. Und dann haben wir am Abend noch die Pro-Show gemacht. Da wurde ich dann Achter von zehn Leuten. Ja, genau. Aber da war ich auch schon ziemlich durchgelaubt. Ich konnte den ganzen Tag da nichts essen. Das war schon ein bisschen Hardcore, weil ich dann morgens eine Show hatte, abends eine Show hatte. Und dann sind wir zwei Wochen später nach Alicante. Hatte wir im Vorgespräch schon mal auf die M-Pro-Classic. Und wirklich jeder, der dort einmal hinfahren kann, sich das anschauen kann. Wirklich einer der schönsten Shows in Europa. Unfassbar, was der Emilio da immer auf die Beine stellt. Und da war ich dann von 21 Profis wurde ich Achter. Das war wirklich sehr erfolgreich. Und das war dann auch das Saisonende. Und ich wollte danach echt das weitermachen. Aber dann war es auch irgendwie schön. Man konnte einfach wieder essen. Man konnte einfach, auch wenn Essen nicht alles ist, aber es war einfach wieder schön. Also es waren dann wirklich so fünf, sechs Wochen, die waren brutal. Also das war ja alles innerhalb von fünf, sechs Wochen. Und da hatte sich so viel geändert bei mir. Man hat dann Aufmerksamkeit bekommen, was schon echt schön ist. Man hat 6.000 Nachrichten bekommen, was ich noch nie hatte. Also ich wirklich, ich habe Instagram-Nachrichten beantwortet. Ich kam einfach nicht hinterher. Also es war schon echt krass. Und ich bin auch so einer, ich schreibe wirklich jedem gerne zurück. Also bei mir keiner auf der Strecke, weil es mir irgendwie auch wichtig ist, da irgendwie was zurückzugeben. Genau, also das war schon, waren krasse Wochen, aber echt cool. Das hast du jetzt gerade, André, genau das hast du, weil ich wollte auch sagen, so was quasi noch bekloppter ist. Also bekloppt im Sinne von krass gut und erfolgreich und was auch immer noch für Worte dafür passen. Ist ja, also neben dem, dass du die Pro-Card gewonnen hast dann, dass du zwei Wochen später bei der zweiten Pro-Show einfach in die Top 10, bei über 20 Teilnehmern eingestiegen bist in die Pro League. Also das war für mich so, ich verfolge das einfach immer. Ich liebe und ich liebe Bodybuilding, alle, die mich kennen, wissen das. Und es ist auch bei den Männern, ich verfolge das. Und ich dachte mir so, das ist einfach crazy. Auch wie du da neben den anderen ausgesehen hast. Und was hat sich denn, ja, auch da vielleicht so durch den Sieg einmal der Pro-Card, aber auch dann durch das, dass du direkt gesehen hast, ey, ich komme auf den achten Platz, neben keinen schlechten anderen Classic-Jungs, was hat sich da so bei dir verändert? Das ist schwierig zu sagen. Also erst mal einfach diese Bestätigung, dass man doch, dass man einfach was kann, also dass man das auch gut macht, für was man, man muss ja sagen, man sieht immer viele andere. Das ist auch noch ein ganz großes Thema. Man bekommt ja oft auf Instagram, sieht man oft Bilder. Und das ist auch sowas, worauf ich gar nichts mehr gebe, bei Wettkämpfen. Weil ich bin so einer, ich gucke mir auch andere Leute an, weil es mir grundsätzlich nichts ausmacht. Also das tut mich nicht irgendwie schocken oder so. Aber da war so wirklich so, manchmal habe ich mir so gedacht, okay, der ist der. Also und dann sahen die einfach nicht so aus, wie sie eigentlich hätte sehen sollen. Also das ist sowas, wo ich mich, was ich auch krass gelernt habe. Also auf Bilder gar nichts mehr geben. Es zählt halt, man muss auch sagen, im Wettkampfsport, es zählt nur die Form auf der Bühne. Wie du hinter der Bühne aussiehst, wie du zwei Tage danach aussiehst, wie du drei Stunden danach aussiehst, wenn du dir dann zwei Pizzen reingehaut hast, das interessiert halt einfach keinen. Also es zählt nur diese Form. Und was mich selber bei mir so ein bisschen überrascht hat, dass ich das doch auch, dass ich dann bei den Wettkämpfen schon relativ entspannt war. Weil ich doch bei der All-Star, ich war da schon unfassbar aufgeregt auch. Das hat man mir auch ein bisschen angemerkt. Das ist, ich denke, das ist normal, dass man da am Anfang so ein bisschen zittert und nicht so richtig weiß, okay, mache ich jetzt eigentlich alles richtig? Und man noch gar nicht so richtig weiß, okay, wo guckt man jetzt eigentlich genau hin? Und dann wusste ich schon echt, bei der Empro, bei der Empro muss ich sagen, war auch so dieser Wettkampf, die hat auch unfassbar Spaß gemacht. Also am Anfang ist, man ist sich da einfach noch unsicher und ich denke, das ist auch normal. Aber dann irgendwann hat sich, also die Empro war wirklich so, das hat wirklich Spaß gemacht. Also man stand so wirklich hinter der Bühne und dachte so, oh, wann kann ich jetzt drauf, wann, let's go so. Und ja, das war schon echt cool. Ja. Saugeil. Was hat sich denn, auch so nachdem du die Broker hattest, dann auch bei den Profis echt gut abgeschnitten hast, was hat sich da so bei dir, ja, so generell im Leben, auch im Lifestyle verändert? Ja gut, im Lifestyle, also ich habe ja, hatten wir vorhin im Vorgespräch schon, dass, also ich habe da wirklich auch Glück gehabt, dass ich auch gute Unterstützung jetzt habe durch meinen Hauptsponsor Olymp, der mich da aufgenommen hat, gesehen hat, da bin ich unfassbar dankbar über die Kooperation. Und dann habe ich mir nebenbei dann direkt noch mein, also mein Coaching lief auch schon vorher, das habe ich mir aber jetzt noch mehr aufgebaut und habe jetzt halt auch das Privileg, dass ich nur noch in Anführungszeichen vier Stunden am Tag arbeiten muss, also in meinem Hop-Job. Das ist echt ganz cool und das war immer so, ich muss sagen, das war schon immer so ein Traum. Ich habe viele immer beneidet, die so mittags trainieren können, jetzt kann ich einfach mittags trainieren, aber natürlich muss man arbeiten, das war auch so eine Sache im Vorgespräch, wo wir vielleicht nochmal darauf eingehen können. Viele Leute sehen, also ich bin jetzt 29 und viele Leute sehen halt nur dieses Jetzt bei mir, dass ich aber vorher schon zehn Jahre, ich hatte wirklich, ich habe die Pro-Card, wo ich die Pro-Card geholt habe im Jahr 2023, habe ich jeden Tag zehn Stunden gearbeitet, von Montag bis Freitag. Und ich bin abends noch trainieren gegangen und wirklich Vollgas. Und viele sehen halt nur dieses Jetzt, diesen Jetzt-Andreh. Ja, er muss nur vier Stunden arbeiten, er kann sich auch mittags mal hinlegen und kann dann ins Training gehen. Aber ich sage immer viele, vor allem auch im Coaching, das Wichtigste im Bodybuilding, ihr braucht eine Grundbasis im Leben. Also ihr braucht, ihr müsst so gefestigt sein, weil es kommen immer Links-Rechts-Einschnitte, es kommen immer Problematiken und dann müsst ihr reagieren können. Weil man muss sagen, im Bodybuilding, jeder kann irgendwann Diäten, jeder kann sein Essen preppen, aber ihr müsst auch gut im Leben stehen. Vor allem, der Sport ist unfassbar teuer. Also man braucht dann auch die finanziellen Mittel und die muss man sich am besten auch schon vorher parat legen und auch denken, okay, was ist nach dem Sport? Wir wissen alle, ich kann das jetzt vielleicht noch, vielleicht kann ich das noch zehn Jahre machen, vielleicht nur noch sieben Jahre. Aber danach soll es ja auch weitergehen, danach soll es einem auch gut gehen. Deshalb sollte man nicht irgendwie stumpf da drangehen, okay, ich werde jetzt Profi und alles andere ist mir egal. Ich arbeite nur drei Stunden am Tag. Und aber, also so viele sehen halt jetzt nur dieses Jetzt, wie ich halt jetzt aktuell agiere, aber dass ich da vor die Jahre, zehn Jahre wirklich einen guten Job hatte und da ich auch, würde ich sagen, ganz gut Geld verdient habe, da sehen halt viele halt einfach nicht. Und das ist halt eigentlich eher ein Fehler. Also man muss immer sich da auch einfach ein bisschen absichern, aber auch selber einfach ein bisschen reflektieren, okay, was macht jetzt Sinn und was macht nicht Sinn. Ich finde das so geil bei dir, André, weil, also ich freue mich, dass du das gerade auch rausgegeben hast hier im Podcast, weil wir es ja eben schon vor der Aufnahme hatten. Und ich finde das so schön, weil im Endeffekt ist dein Bodybuilding-Werdegang total ähnlich wie jetzt dein Beruflicher, wenn man da so drauf blickt. Also Bodybuilding ist dann da wieder auch eine Metapher, wie du hochgekommen bist. Und viele könnten vielleicht meinen, die sehen dich dann auf einmal als Profi. Ja, erste Saison, zack, wird er gleich Profi. Oder jetzt die Leute sehen dich und dann, ja, jetzt ist der Profi, jetzt macht er direkt seine Selbstständigkeit. Also jetzt mal einfach. Genau, genau. Also ich habe ja auch vorher als Bodybuilder schon sehr professionell gearbeitet. Also schon Jahre davor, wo mir das wahrscheinlich keiner angesehen hat. Also ich habe ja gerade schon gesagt, ich bin immer mit Pulli rumgelaufen, weil ich einfach so gedacht habe, okay, ich bin halt einfach kein Profi. Also und da habe ich aber auch schon wirklich hardcore trainiert und habe alles gegeben. Und das Essen hat immer gepasst. Und das sehen halt die Leute jetzt halt alles nicht mehr. Aber schön, dass wir es jetzt den Leuten hier einmal zumindest auf die Ohren oder Augen geben können. Und ja, dass sie auch bereit sind, eben die nötige Basis aufzubauen. Das fand ich ganz, ganz wertvoll jetzt. Lass uns mal so ein bisschen fast forward in das jetzige Jahr springen, 2024. Wie ist es denn, aber auch um jetzt hierher zu kommen, wie ist es denn dann, nachdem du in Alicante warst, letztes Jahr im Sommer Achter geworden bist, am liebsten noch weitergemacht hättest, dein Coach dich dann ein bisschen gebremst hat. Wie ist es denn da dann danach auch weitergegangen? Was hat sich seitdem so getan? Ich muss sagen, am Abend, gut, wir waren da noch essen und haben uns natürlich da auch erst mal richtig gut gehen lassen nach dem Wettkampf. Ich muss sagen, da gab es so einen Moment, wo ich so ein bisschen da saß. Ich saß da, glaube ich, in Alicante da am Strand auf der Bank. Und dann dachte ich mir erst so, oh, jetzt ist so alles rum. Und da war so eine kurze Lehre, muss ich sagen. Ich denke, das haben ganz viele so eine Lehre einfach, okay, was ist das jetzt eigentlich? Was mache ich jetzt eigentlich? Und dann bin ich am nächsten Morgen, habe ich mich mit Max auf seinem Zimmer getroffen und da haben wir direkt Pläne geschmiedet. Das war in der Situation sehr wichtig. Wir haben direkt alles durchgesprochen, okay, wie sehen jetzt die nächsten Wochen auf? Was wollen wir verbessern? Wo wollen wir was anpassen? Wo müssen wir dran arbeiten? Und das war für mich ganz wichtig, okay, ich hatte wieder so dieses Ziel. Auch wenn man, ganz wichtig nach dem Wettkampf, gebt eurem Körper Ruhe, entspannt und gebt dem Körper auch wirklich was Gutes zurück. Aber da hatte ich wieder so dieses Ziel einfach. Und ja, dann sind wir dann relativ zeitnah. Also wir haben erst eine Erholungsphase gemacht, dann sind wir in den Aufbau gestartet. Und der Aufbau ging dann bis Anfang, also bis Januar jetzt da. Ich bin schon seit Januar auf Diät, weil ich einfach mein Gewicht so explodiert ist, so hochgegangen ist. Ich hatte am Ende 123 Kilo. Aber mein Classic Weight Cap ist halt 99,3. Heute Morgen hatte ich 110,8. Also es müssen jetzt immer noch fast elf Kilo runter, ja. Und ja, wie gesagt, wir haben einen Aufbau gemacht. Max musste mich auch wirklich bremsen. Also ich bin irgendwie komplett explodiert. Und ja, also er musste mich da wirklich, also wir konnten die, das war jetzt nicht mal so ein krasser Aufbau. Es lief halt einfach. Aber ich denke, dass es bei ganz vielen, wenn die nach dem Wettkampf, vor allem ich hatte es erst mal so eine richtige Art Rebound. Und obwohl wir den eigentlich dann, also wirklich alles sauber, wer mich kennt, weiß immer, dass ich relativ sauber esse. Natürlich wurde sich da was gegönnt. Wir waren im Urlaub und das gehört natürlich alles dazu. Das soll auch jeder machen. Das ist auch ganz wichtig. Aber wie gesagt, es lief eigentlich ganz gut. Und dann sind wir am Januar jetzt in die Diät gestartet. Und jetzt befinde ich mich schon wieder zehn Weeks out vor der Deutschen Meisterschaft. Gib mal ganz kurz einen Einblick, André. Wie hoch bist du von den Kalorien, also einfach mal, du hast ein paar Zahlen hier fliegen, wenn du bei 123 Kilo bist und da, ja, halb einfach explodierst. Also ich hatte da, ich muss sagen, ich hatte aber immer noch Hunger. Da war ich bei 5.500, glaube ich. Und das musst du erst mal clean reinbekommen. Ey, wow. Also war wirklich, also war, ich habe mich auch echt selber, fand es selber schockierend. Ich fand es war easy. Es war echt entspannt. Aber jetzt muss ich auch wieder sagen, jetzt bin ich bei, glaube, 4.000, glatt 4.000 und das geht auch. Also man, ich bin auch, also aktuell passt echt. Weil man ist es wieder so schön, man, wenn der Bauch halt einfach auch mal so ein bisschen entspannter ist, ein bisschen leerer ist. Das tut auch ganz gut. Ja. So witzig, weil wahrscheinlich so ein Bikinimädel da draußen, die gerade mit ihren 1200 Kalorien rumdrückt, wird sich denken, oh, ich will es auch. Und dann andere können voll mitfühlen, was du meinst. Also, ja, jetzt gerade auch so, bevor es dann in die Prep ging, wie war denn die Planung der Saison bei Max und dir, also deinem Coach und dir? Und was hat sich geändert, als die German Pro Show announced wurde, also bekannt gegeben wurde? Wir hatten als ersten Wettkampf, hatten wir wieder einfach die Empro geplant. Und die ist ja jetzt praktisch drei Wochen davor. Ich wollte es eigentlich erst nicht machen, aber dann meinte Max, ja, wir machen die auf jeden Fall. Weil, und da habe ich mir auch gedacht, ja, warum eigentlich nicht? Natürlich, also ein einfacher kann man ja einen Wettkampf nicht machen heutzutage. Und es wird unfassbar schön, einfach mit acht, sieben, acht deutschen Profis da auf der Bühne zu stehen. Das wird einfach unfassbar geil. Wird einfach geil. Also mehr kann man gar nicht dazu sagen. Ich wüsste nicht, dass so viele Profis in den letzten Jahren mal auf der Bühne gestanden haben. Also das wird ein unfassbar cooles Erlebnis. Ultra. Also wirklich, ich finde das auch so geil. Und ich habe natürlich voll mir gewünscht, dass auch die Bikini-Klasse bei den Profis zum Beispiel, vielleicht hört es irgendjemand von denen, die da Bock drauf haben, das dann nächstes Jahr zu machen. Ich finde es richtig cool. Ich freue mich extrem, da auch dabei zu sein. Welches neue Gewichtslimit hat sich denn jetzt bei dir, André, durch den Eintritt in die Pro League ergeben? Ich durfte als Amateur 93 Kilo wiegen. Moment, jetzt muss ich kurz überlegen. Als Amateur 93 Kilo. In Alicante durfte ich ja dann schon als Profi. Da haben wir mich aber schon mit, da muss, da wurde ich auch, also da habe ich das Classic Limit auch schon ausgefüllt. Also man musste mich so runterdrücken, also ich, Amateur waren es 93 Kilo und damals als Profi 98. Und da musste ich mich aber auch schon komplett reindrücken. Also da durfte ich auch einen Tag vorher, glaube ich, gar nichts essen. Jetzt so, also vom Wettkampfgewicht letztes Jahr, ausgehst du mit welchem Gewicht rechnest du denn dieses Jahr? Ja, ich will die 99.3 auf jeden Fall voll machen. Also das ist ja, ist ja das Ziel, mich da maximal hinzustellen. Definitiv. Also Max, 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 wenn Max mich immer sieht, fragt er mich immer, okay, wie soll ich dich da reinbekommen? Aber er sagt immer, er schafft das auf jeden Fall. Also ich denke, dass ich wahrscheinlich mit so, er denkt, dass ich so mit so 102, 103 komplett fertig, fertig bin. Und dann diese drei, vier Kilo, die kriegen wir dann irgendwie schon hin. Ja, ja. Welche Hebel hast du in der Off-Season so umgestellt, um diesen krassen Progress, in der ja an sich, ich sage jetzt mal, kurzen Zeitspanne zu machen? Ähm, ich muss sagen, was mir sehr viel, also ich musste ja, ich musste ja, also ich musste ja viel essen, obwohl es mir einfach gefallen ist. Was ich diese Off-Season sehr, sehr viel gemacht habe, war, ich bin zwischen meinen Mahlzeiten, also das ist jetzt nur so eine Kleinigkeit, aber ich bin zwischen meinen Mahlzeiten immer zehn Minuten rausgegangen und bin gelaufen. Ich bin in der Meinung, das hat mir ganz gut getan, also weil viele immer auch das Problem haben mit dem Essen. Also wirklich nur zehn Minuten raus, kleinen Verdauungsspaziergang, so Sachen habe ich gemacht. Training habe ich ein bisschen umgestellt. Ich habe da sehr viel mit ERP-Sätzen gearbeitet, also mit Rest-Pausen-Sätzen. Also ich bin fast in jeder Übung, ich bin, arbeite oft nach Top-Back-Off-Prinzip und da bin ich praktisch im Top-Satz an meinen Max-, also ans Muskelversagen. Habe ich einen Rest-Pausen-Satz gemacht, der ging drei bis fünf Sekunden, also Gewicht abgesetzt und dann nochmal mit Partner, also ich arbeite da immer mit Partner, also Trainingspartner und der hat dann noch, also mithilfe noch drei bis vier Wiederholungen rausgeballert, würde ich sagen. Ja, das waren so grundlegende Sachen und dann einfach gegessen, viel Schlaf auf jeden Fall. Also ich achte schon immer drauf, ganz wichtig bei mir, dass ich so meine acht bis neun Stunden Schlaf habe am Tag, vor allem am Wochenende, wenn man halt auch die Zeit hat, also acht Stunden sollten es immer sein. Aber es ist jetzt schwierig zu sagen, was ich groß, was ich groß kenne, also ich bin halt einfach gewachsen. Und das ganz Wichtige, es hat wirklich Spaß gemacht einfach, also der Spaß einfach, ja, das war echt ganz schön. Was ich oft gemacht habe, ich bin einfach mal, zum Beispiel, wo wir in Rumänien waren, ich habe sehr viele hier und da einige Ausflüge gemacht, bin in verschiedene Gyms gegangen, das hat mir auch irgendwie immer Spaß gemacht, um einfach so auch ein bisschen was Neues zu sehen und einfach, weil mir das allgemein Spaß macht, irgendwo hinzufahren, trainieren zu gehen und dann eventuell abends auch was essen zu gehen. Das hat echt ganz Spaß, hat echt Spaß gemacht in der Off-Season. Ja, sonst wüsste ich jetzt nicht, was ich groß experimentiert habe. Du hast einfach sehr professionell weiter dein Bodybuilding gemacht. Genau, das würde ich auch sagen, also wirklich einfach sehr professionell weitergemacht, ja. Ja, und ich will es echt hervorheben, weil ich finde es so schön, wie du es sagst, dieser Spaßfaktor. Ich bin davon überzeugt, der ist nicht zu unterschätzen, was das mit uns ausmacht, wie wir da dann auch mental, psychisch eingestimmt sind, dann in weiterer Folge, wie das Training entsprechend läuft, wie du regenerierst. Also es sind, glaube ich, ganz wesentliche Punkte, die zu Verbesserungen führen und eben zum Beispiel das, was du gesagt hast mit Rumänien, da haben wir uns auch getroffen. Ich fand das so cool. Ich bin da als Profi gestartet und dann habe ich euch kennengelernt und wir haben gequatscht und ihr habt quasi gesagt, ja, wir sind da einfach dabei so. Also da war es auch so ein geiles Gym, wo ihr auch wart und so was, dieses Bodybuilding halt auch dann mal woanders zu leben, Leute zu supporten, irgendwie da so. Ja. Geil, ja, einfach cool. Ich sage mal so, mit welchen Zielen und Erwartungen startest du denn jetzt in die Saison 2024? Ja, da stellt es mir eine Frage. Ja, was, also das Ziel kann grundlegend nur sein, eine Pro-Show zu gewinnen. Das sollte, sollte das Ziel ja jedes Profis erstmal sein. Ja, ich werde das Beste aus mir rausholen, werde alles dafür geben, dass ich auch eine Profi-Show gewinnen kann. Das ist so das Absolute. Aber ganz wichtig ist es mir auch, ich habe so ein, zwei Sachen, die sich auch selber so ein bisschen an mir gestört haben. Das war vor allem so das Posing, da kann ich noch extrem viel rausholen. Also letztes Jahr, es war nicht das Problem, ich war immer, ich hatte eine sehr gute Konditionierung, also ich war echt knüppelhart, würde ich sagen. Und war auch, hatte auch mehr als genug Muskeln, so wie Max mir das auch immer sagt. Aber ich denke, im Posing kann ich da noch sehr viel rausholen. Wenn ich das für mich schon verbessere und alle, wenn Leute sagen, okay, du hast den Posing verbessert, dann ist schon mal alles gut. Im Endeffekt muss man ja auch sagen, wir haben es nicht in der Hand. Also da werden am 25. werden acht Profi stehen, die werden alle gut sein, die werden alle hart sein, die werden alle muskulös sein und jeder wird da sein Bestes geben. Aber im Endeffekt haben es halt einfach die Judges, entscheiden das. Man sieht jetzt auch an der Arnold Classic, dass einfach, ja, schnell einfach mal umgewürfelt werden kann. Denn keiner hätte damit vor zwei, drei Wochen gerechnet, dass Westley da gewinnt. Obwohl Urs ja wirklich auch in Topform war und der mir auch unfassbar gut gefallen hat. Also ich fand das Beispiel auf der Arnold UK fand ich Urs war unfassbar, also der hat mir unfassbar gut gefallen. Aber man sieht halt auch, dass die Judges da auch schnell mal irgendwie umentscheiden. Und darauf haben wir halt keinen Einfluss im Endeffekt. Wir als Athleten können uns halt nur maximal gut hinstellen und auf den Rest haben wir halt keinen Einfluss. Und in der Classic finde ich es halt wirklich noch ganz schwer. Okay, was wollen sie halt wirklich sehen? Jetzt wurde ein Westley wieder nach vorne geplaced. Das ist für uns halt wirklich schwierig, weil nicht so richtig gesagt wird, okay, nach was wird eigentlich gewertet? Es wurde jetzt schon öfters mal gesagt, okay, es wird auch rein wie im Bodybuilding gewertet, wirklich nach Schwächen. Dass jetzt diese Art Classic, diese Classic bevorzugte Linie gar nicht so viel zählt. Also es wird wirklich nach Schwächen gewertet. Wenn sie das ja jetzt so durchziehen, wäre ja, dann wäre es wenigstens nachvollziehbar. Okay, wo dran hat es gelegen? Okay, dem seine Side-Chest war besser als bei ihm. Okay, er gewinnt das. Ja, vorher war es halt, ja, also es ist wirklich schwierig, das Thema. Aber ich denke, alle Classic-Athleten am 25. werden ihr Bestes geben. Und wer da im Endeffekt gewinnt, werden die Judges entscheiden. Aber ich werde natürlich auch kommen, um zu gewinnen. Sehr geil. Was bedeutet es dir in Deutschland, bei der gerade mal zweiten Pro-Show ever anzutreten? Ja, erst mal unfassbar. Also es ist wirklich, also ich glaube, man realisiert selber gerade noch gar nicht, was das eigentlich bedeutet, was es eigentlich ist. Ich denke, das kommt dann alles so erst, entweder kommt es erst danach, was das eigentlich, was das wieder für ein Event war. Oder so dann die Wochen davor, wenn sich alle so ein bisschen aufhypen. Aber aktuell sehe ich es irgendwie entspannt, muss ich ehrlich sagen. Voll gut. Ist da der Druck generell bei dir oder glaubst du, der ist höher dann, wenn es näher an die Show geht, bei der Show jetzt in Deutschland, als zum Beispiel irgendwo in Spanien, Polen oder Portugal? Ich denke, dass es hier in Deutschland, ich glaube, dass es in Deutschland schon was anderes ist. Weil man einfach so, man hat diese ganze mediale Aufmerksamkeit, alle aus Deutschland gucken zu und man steht auch neben vielen anderen Deutschen. Aber warum nicht? Also was ist denn, man wird ja dadurch, man wird ja als Mensch nicht schlechter, wenn man schlecht platziert wird. Also man ist immer noch derselbe. Es ist halt einfach ein Sport und man muss sich mit anderen messen und darum geht es ja im Bodybuilding. Und ich denke auch, dass alle Athleten miteinander cool sind. Da gibt es überhaupt keine Probleme. Ich denke, ich kenne auch die meisten und das sind alles extrem coole Jungs. Voll schön. Auch einfach, wie erfrischend du da rangehst an das Ganze und ja, wie gesund auch, finde ich. Weil genau so ist es nun mal. Jeder macht das ja erst mal für sich und dann am Tag X, jetzt gerade in deiner Klasse auch, da wird halt entschieden. Und da hast du dann entsprechend keinen Einfluss drauf. Du kannst nur so dein Paket bringen. Wo siehst du dich jetzt, gerade wenn du dich mit den anderen Jungs, mit den anderen deutschen Jungs vergleichst, also wo siehst du dich selbst da? Hast du da selber irgendwie, dass du dich da einkategorisieren kannst, sagen kannst, welche Chancen du hast? Hast du eine Platzierung im Kopf am Ende vom 25. Mai oder ja, wie gehst du da heran? Also wie gesagt, also Platzierung werde ich jetzt nicht sagen. Natürlich will ich den Sieg, also bei mir gibt es nur den Sieg. Das ist, ich denke aber, so geht jeder einfach ran. Jeder will den Sieg. Jeder geht am 25. Mai hin und will den Sieg. Wie gerade schon gesagt, also ich denke, dass ich muskulär sehr, von meiner Muskelmasse sehr, weil ich halt auch nah am Weight Cap bin, denke ich, brauche ich mich nicht zu verstecken. Ich denke, dass ich Posing-mäßig noch sehr viel rausholen kann, im Gegensatz zum letzten Jahr. An der Condition soll es auch nicht scheitern, aber dann drehen wir uns halt wieder im Kreis. Was wollen die Judges halt an dem Tag sehen? Wollen sie eher, also es kommen ja viele verschiedene Leute, aber es ist jetzt echt schwierig, da zu sagen, ich sehe mich da jetzt, ich sehe alle hinter mir, weil wenn ich, ja, ist schwierig. Also ich gehe natürlich hin, um zu gewinnen. Also es gibt nur den Sieg. Das ist eine sehr, sehr gute Einstellung. Wie sieht denn so die Planung für den Rest des Jahres 2024 aus bei dir? Gut, ich habe dann die Deutsche Meisterschaft geplant, dann auf jeden Fall die EMPRO. Dann habe ich es noch im Hinterkopf eventuell in Portugal den Wettkampf. Und in der Niederlande gibt es auch noch einen Wettkampf. Also mal schauen, ich werde wahrscheinlich so maximal vier Stück machen, vier bis fünf Stück. So ist aktuell die Planung, ja. Du möchtest 2024 in die Form deines Lebens kommen oder einfach einen gesünderen Lebensstil? Das haben schon über 500 Peoples mit mir gemeinsam geschafft. Von der Mama bis hin zur Wettkampfathletin. Also starte auch du mit mir gemeinsam durch. In meinem Joy-Coaching erhältst du eine Trainings- und Ernährungsplanung. Gleichzeitig tracken wir deine Fortschritte und du hast mich Tag ein, Tag aus als persönliche Ansprechpartnerin. Also komm, lass uns direkt mit einem kostenfreien persönlichen Erstgespräch starten und deinen Weg für dich finden. Mehr Infos findest du auf meiner Webseite. Aber das lasse ich mir noch ein bisschen offen. Welche Ziele hast du, André, wenn wir komplett bei dir als Profiathlet jetzt in die Zukunft blicken? Wo willst du da langfristig hin? Ja, natürlich einmal, natürlich bin ich auf den Mr. Olympia. Das ist natürlich das absolute Ziel. Ich denke, von jedem Profi muss das ja das Ziel sein, weil das halt einfach das Höchste ist. Ich will auf den Mr. Olympia. Das ist ganz, ganz klar. Es ist halt jetzt auch die Frage, okay, wie läuft jetzt diese Saison? Wie muss man halt danach reagieren? Viele sagen auch zu mir, okay, du musst in die Open, du musst ins Bodybuilding. Ich halte das aktuell noch ein bisschen fern von mir, weil wenn ich mir dann andere Open Bodybuilder angucke, da ist dann halt doch nochmal ein Unterschied. Also man muss wirklich mal so, also ich habe letztes Jahr auf der M-Pro, durfte ich mir die Open Bodybuilder angucken. Und das war so der Wahnsinn. Also man kann sich das nicht vorstellen, wie die aussehen. Und davon sehe ich mich halt echt noch weit entfernt. Deshalb aktuell noch Classic und ich denke auch in den nächsten Jahren erstmal noch. Cool, weil genau das wollte ich dich auch fragen, gerade bei so einem Riegel wie dir und wie du jetzt gewachsen bist, ob da auch eben ein Klassenwechsel irgendwann für dich in Frage kommt. Also ist nicht, ich halte es jetzt nicht für ausgeschlossen, aber schauen wir mal. Sehr, sehr geil. Ja, es ist immer spannend, weil du hast gesagt, 29 bist du und ich, wenn man da jetzt mal so guckt, auf die Bodybuilding-Szene, boah, weil du sagst, zehn Jahre, das kommt ja auch immer darauf an. Klar, wie bist du beieinander, wie ist der Körper beieinander? Ganz, ganz logisch. Also ich finde auch das immer schwierig zu sagen, bis wann kannst du das auf dem Profi-Niveau machen, weil es total individuell ist, ne? Ja, vielleicht sind es auch nur sechs Jahre, sagt man, bis 35 muss man mal schauen, also ja. Das halte ich mir auch noch einfach ein bisschen offen, so wie es halt auch einfach läuft. Und man muss dann auch irgendwann entscheiden, okay, was macht jetzt Sinn? Also es gibt ja irgendwann auch die Sinnhaftigkeit und wenn man halt irgendwo gegen eine Wand rennt, immer wieder, dann muss man halt auch einfach mal entscheiden, okay, schalten wir mal einen Gang zurück und tun uns mal irgendwie in eine andere Richtung orientieren. Absolut, ja. Voll. Und ich glaube auch immer, also was mir zumindest immer halt so, das Thema, wie lange macht es mir wirklich Spaß, so, ne, der Lifestyle und dieses Leben einfach und wenn es halt übelst und man sich damit auch, ja, einfach ein Geschenk selbst macht, sage ich jetzt mal, dann weiter dranbleiben, genau, ja. Dann ist es gut. Neben dem Bodybuilding hast du jetzt ja auch, ich sage mal, noch ein Leben, klar, du lebst als Bodybuilder und richtest dein Leben, kannst das, dieses Privileg, fand ich vorhin voll schön, wie du es gesagt hast, du hast das Privileg, dein Leben jetzt eben durch viel Arbeit davor, dir das zu erarbeiten, auch so zu ermöglichen. Aber nimm uns gerne mal mit so zum Thema, was geht sonst in deinem Leben noch ab? Neben dem Bodybuilding, was machst du sonst noch so, auch gerne so beruflicher Werdegang, wie hast du es da jetzt hingeschafft, ja? Ja, es ist immer schwierig, in der Prep zu sagen, also was macht man sonst noch? Also aktuell muss ich sagen, okay, aktuell hat die Prep schon wieder einen sehr hohen Wert. Also da bin ich jetzt wieder dran, okay, man will immer optimieren. Also aktuell gibt es für mich auch immer den Mittagsschlaf, weil ich einfach denke, okay, vielleicht kann ich dadurch was rausholen und mir tut es irgendwie auch unfassbar gut, auch wenn es manchmal nur 20 Minuten sind oder eine Dreiviertelstunde, wo man sich einfach mal kurz hinlegt. Okay, mache ich immer Pre-Workout, dann habe ich gerade schon ein bisschen vorhören lassen, dass ich halt extrem an meinem Posing arbeiten will. Das nimmt gerade auch echt viel in Anspruch, weil ich da auch sehr kritisch eher bin. Also ich will es da schon echt perfekt haben. Was mir aktuell unfassbar Spaß macht, ist mein Coaching, was ich mir aufgebaut habe. Da investiere ich auch echt Zeit rein. Ich habe vor allem auch noch jüngere Athleten, die jetzt noch relativ am Anfang sind. Und da muss man natürlich auch viel, relativ viel Arbeit reinstecken. Also man muss auch noch viele Sachen erklären. Und ich, ja, also Coaching nimmt schon einiges in Anspruch. Und dann, ja, wenn die Zeit ist, mit der Familie mal zur Oma gehen. Ja, also so die Standardsachen. Zu meinem beruflichen Einstieg. Ich bin gelernter Installateur. Also habe ich mit, wann habe ich da die Ausbildung gestartet? Mit 15 oder 16. Also gelernter Heizungsinstallateur. Und dann habe ich mit 20 meinen Installateur- und Heizungsbaumeister gemacht. Und das war für mich so dieser erste, dieser erste Haken, okay, ich muss nicht mehr auf die Baustelle. Ich kann mich ins Büro setzen. Und da hat sich bei mir Bodybuilding schon, das war schon so, da habe ich mir so diesen ersten Haken gesetzt. Oh, jetzt musst du nicht mehr auf die Baustelle. Weil, auch davor habe ich schon Bodybuilding gemacht. Ich bin teilweise morgens um 4 Uhr aufgestanden. Wir sind um 5 Uhr losgefahren Richtung Frankfurt, waren dort auf Montage. Und auch da habe ich schon Bodybuilding gemacht. Da wurde das Essen alles mitgenommen. Und abends bin ich auch dann noch ins Training. Also wirklich, ich war um 6 Uhr daheim. Dann habe ich von 6 bis 8 Uhr ins Training. Und habe dann auch jeden Tag nur meine 5 Stunden geschlafen. Aber da habe ich auch Bodybuilding gemacht. Und das sehen halt auch viele nicht. Ob das Training da jetzt so effektiv war, aber es war auch gut. Ich habe da auch Muskeln aufgebaut. Aber das war auch eine extrem harte Phase. Also was heißt, es war hart? Ich habe es halt einfach gemacht. Also weil es mir auch Spaß gemacht hat. Ich habe das abends auch einfach gebraucht. Aber glaube ich, dass es viele auch nicht machen würden. Viele finden da vielleicht auch eher eine Ausrede. Die sagen, okay, das geht nicht. Und das sehen sie jetzt halt bei mir auch nicht. Also sie sehen auch wieder jetzt nur dieses Jetzt. Aber dass ich davor halt auch diese Phasen durchlebt habe, ja, sehen halt viele nicht. Was mir aber auch im Coaching sehr zugute kommt, weil ich da einfach auch vielen gut zureden kann. Oder kann halt sagen, okay, habe ich auch schon durch. Wir finden da eine Lösung für. Und tun dann einfach auch das Training so anpassen, dass wir so wenig wie möglich vielleicht das Training auf die Arbeit legen. Vielleicht eher dann so Richtung Wochenende. Da tue ich halt meinen Coaching auch relativ viel helfen. Einfach dieses Training einfach auch zu optimieren und auch in den Tagesablauf reinzubringen. Das ist auch ganz wichtig. Und ich denke mir, oftmals ist es besser, okay, gehe viermal trainieren, dafür richtig, anstatt sechsmal. Absolut. Ja, und voll. Ich finde das, was du gerade sagst, das ist so schön, André, weil man sieht einfach so, das zieht sich durch dein Leben in jeden Bereichen. Also dieses Fleißigsein, dieser Hustle sozusagen. Sei es jetzt im Beruflichen, sei es aber auch jetzt im Bodybuilding, so dieses Dranbleiben, dabei aber auch im Spaß haben, beim Großen und Ganzen. Und diese Begeisterung auch stetig sich immer wieder zu verbessern, zu optimieren und so. Und das sind, glaube ich, ganz tolle Ratgeber. Also ich glaube auch sowas ist, man kann einiges davon lernen und Disziplin zum Beispiel auch lernen und so, aber bei manchen wird das halt so nicht kommen, die da einfach nicht mehr. Jetzt hast du es gerade auch schon gesagt, so Thema Oma und Familie und das Umfeld. Wie geht denn so dein Umfeld mit deiner Kleidenschaft und deinem Lifestyle um? Also ich muss sagen, so Freunde und sowas, die stehen da, also Freunde und Familie stehen absolut dahinter, auch schon immer. Also die fanden das jetzt nie, Freunde sind halt so viel, die fragen noch sehr viel ins Detail, also sind da wirklich auch hinterher und fragen viel. Wirklich jetzt die ganz enge Familie, hat es halt, wo ich dann Profi wurde, haben sie halt so richtig so gemerkt, okay, da hat er richtig was geschafft und stehen jetzt noch mehr dahinter, also fragen halt auch mehr und fragen halt auch, also ich wohne praktisch über meinen Eltern. Also selbst wenn ich jetzt da mal keine Zeit habe, dann ist meine Mutter die Erste, die auch sagt, hey, gib den Reis her oder gib das Hühnchen her, sie macht mir das einfach, bereitet mir das vor. Also die finden das schon cool, auf jeden Fall, die werden auch am 25. mit dabei sein. Also vollste Unterstützung, also kann ich nicht anders sagen. Es war halt, natürlich ist es manchmal, hat eine Familie da auch Bedenken, also wir befinden uns ja hier im Segment Leistungssport. Natürlich kommen dann auch mal die Sachen, ah André, ist das denn so gut? Also so der Klassiker halt von der Mutter, das ist aber denke ich ganz normal und das ist halt, da kommen halt die gewissen Muttergefühle hoch. Das ist ziemlich normal, aber wenn sie dann merken, okay, der André will das eh und egal was kommt, der wird das wahrscheinlich eh machen und dann tun sie mich da auch dementsprechend unterstützen. Also das ist überhaupt kein Problem. Voll schön, weil ich glaube, viele, die den Podcast anhören, die kennen das so, das Thema auch, ja mit dem Umsatz. Was mir geholfen hat, einfach alles direkt offen zu kommunizieren, also von Anfang an, also wenn man weiß, okay, wenn wir Bodybuilding machen, dann sag auch, du machst Bodybuilding. Also auch wenn du dich bei anderen, wenn du dich irgendwo neu vorstellst oder zum Beispiel in ein neues Unternehmen gehst, sag ihnen nicht, ich mache da ein bisschen Fitnesssport, geh einfach direkt offen damit um und sag, hey, ich mache Bodybuilding, lässt sich aber ganz gut, also ist gar kein Problem, ich werde halt nur aus meiner Tupperdose essen, anstatt jetzt wie andere Leute zum Bäcker zu gehen, aber sonst ist bei mir auch alles ganz normal. Also wirklich von Anfang an sagen, ich mache Bodybuilding, dann haben die Leute mit mich auch so was Gewisses vor Augen, also dann, und nicht einfach, ich mache nur ein bisschen Fitness. also wenn man sagt, okay, man macht Bodybuilding, dann wissen die Leute schon, okay, okay, der macht Bodybuilding. Das ist so ein toller Tipp, also danke dafür, ich wollte nämlich gerade auch fragen, ob denn bei dir, so rein vom Werdegang, du hast angefangen mit 16 im Studio, warst da vermutlich fast ganz anders aus als heute, und bist dann da so seinen Weg gegangen, und bist jetzt auch noch eben in dem, ich sag mal, lokalen Umfeld, oder Umfeldern, wo du damals warst, und da jetzt so ein bisschen die Frage, André, gab es da auch mal Situationen, wenn du auf die ganzen Jahre blickst, wo, ich sage jetzt mal negative Reaktionen, oder ja, Probleme, dass Menschen da komisch reagiert haben, es gibt ja alles Mögliche, wenn sich ein Mensch in jeder Hinsicht weiterentwickelt, äußerlich, innerlich, dass die Leute das unterschiedlich aufnehmen, die einen feiern es, finden es geil, fragen dich, wie du da hingekommen bist, weil sie auch da hinkommen wollen, und es gibt andere, die nehmen es vielleicht negativ auf, so, was sind da da? Ähm, ja, also eher so, also ich würde jetzt sagen, nicht, also was ganz Krasses habe ich jetzt nicht erlebt, dass irgendwie so jemand gesagt hat, was machst du da für eine Scheiße, oder I, oder was isst du da, also so jetzt eher nicht, ähm, es ist halt eher so der Klassiker, dass halt jemand so einen Scherz draus macht, der packt jetzt wieder seine Brotdose aus, oder sowas jetzt, aber das ist jetzt sowas, was mich, also was mich wirklich gar nicht so stört, ich komme da jetzt relativ gut mit um, ich denke mir dann einfach nur, gut, okay, ich esse halt was Gesundes, und, ähm, kannst dir gerne dein, keine Ahnung, Frikadellenbrötchen holen, also bin ich cool damit, ähm, ja, was halt bei Freunden so früher noch, wenn man halt viel feiern war, wenn ich dann halt kein Alkohol mitgetrunken habe, dann kam halt mal so die Sachen, ey, warum trinkst du nicht mit, äh, bla, 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 aber, da muss ich sagen, die haben das relativ schnell verstanden, also, da wurde, wurde es echt gut angenommen, oder wenn ich dann auch die Fahrer gespielt habe, dann war eh alles gegessen, also, ähm, war immer eine ganz gute, nicht Ausrede, aber, dann waren alle cool mit. Also, muss ich sagen, passt eigentlich, also, so der Klassiker, aber ich denke mal, dass halt jeder Bodybuilder schon mal so, der Klassiker ist ja immer, wenn die Leute so gucken, okay, was hast du in deiner Brotdose da, oder sowas, aber, entspannt, irgendwann ist es halt auch langweilig, wenn man jeden Tag seine Brotdose auspackt, dann gucken sie halt irgendwann auch nicht mehr. Voll der gute Punkt, und ich glaube für alle auch die, vielleicht in ähnlichen Berufssegmenten, wie du unterwegs bist, hilft das jetzt auch so ein bisschen, weil, ja, ja, jeder doch da vielleicht mal eben dann anfängt, damit sich zu verändern beim Lebensstil, ne, und am Anfang vielleicht so seine Struggles hat es nach außen, dann auch zu zeigen. Jetzt will ich nochmal zum Ende hin, aber auch aufs Thema Coach kommen, also einmal auch, wie hast denn du für dich jetzt, André, deinen Coach gefunden, weil ich würde einfach sagen, da draußen gibt es viele sehr gute Coaches, genauso auch anders, aber da auch wirklich für dich den Passenden zu finden, ja, weil das ist ja auch nicht gleich von Beginn an, glasklar, wer da zu dir passt, und ja. Das ist eine, man muss sich kurz überlegen, bin ich zu Max gekommen. Gut, Max Matzen, die meisten, die jetzt zuhören, kennen ihn vermutlich, ich würde behaupten, er ist einer der größten und auch mit einer der erfolgreichsten deutschen Coaches in der Szene. Ja, 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 Ähm, mich hat, mich hat, also Max ist ja mit sehr vielen Sachen sehr, sehr öffentlich umgegangen, muss man ja sagen, und ich habe davor schon, zwei Jahre davor, bevor ich zu ihm gekommen bin, habe ich ihn schon mehrfach mal so angeschrieben, auf Fragen, Und er hat immer direkt geantwortet. Also direkt auch eine richtig gute Antwort kam immer direkt zurück. Also nicht so einfach so ja, nein. Also direkt auch mit Sinn und manchmal wirklich so ein Text, obwohl ich nicht mal bei ihm im Coaching war. Und dann habe ich ihn extrem verfolgt einfach. Und dann hat er auch viel sich mit Training beschäftigt. Das fand ich auch ganz cool. Und ja, die menschliche Basis hat da einfach echt gepasst. Da habe ich mit ihm halt einmal geskypt. Und dann war das echt eine richtig coole Sache, muss ich sagen. Wie findet man dann seinen richtigen Coach? Das ist wirklich eine gute Sache. Ich bin der Meinung, was auf jeden Fall helfen kann, wirklich mit dem Coach einmal, reicht wahrscheinlich fünf bis zehn Minuten, ein kurzes FaceTime-Gespräch. Das kann echt schon oft helfen, dass man wirklich auch weiß, okay, wie redet man miteinander? Wie ist so diese Ebene? Ja, das sind so, denke ich, die grundlegenden Sachen. Ja, mehr Tipps kann ich gar nicht geben. Mal einen kleinen Einblick. Wie sieht so die Zusammenarbeit bei euch aus? Ja, darauf kann ich eingehen. Was viele immer denken, dass, also bei uns die Kommunikation, also wenn ich meinen Chat öffnen würde, wie unsere Kommunikation ist, Max sagt ja auch immer, ich bin sein leichtester Athlet, also keiner lässt sich so leicht bedienen wie ich. Das kann vielleicht auch wirklich sein. Aber manchmal, also zum Beispiel, ich sende ihm drei Updates und dann kam einfach nur, also es kann wirklich sein, da kommt einfach nur, ja, passt. Dann hören wir uns eine Woche nicht und dann kommt das nächste Update. Also man muss auch wirklich, also da bin ich vielleicht auch wirklich ein Einzelfall, also das läuft wirklich wie ein Uhrwerk. Man muss halt so sagen, ich brauche auch nicht mehr. Also wenn ich ihn jetzt was fragen würde, er würde mir sofort zurückschreiben. Also innerhalb von zwei Minuten, da sind wir schon ein eingespieltes Team, also er schreibt mir sofort zurück. Weil er aber auch wahrscheinlich weiß, dass wenn ich ihm eine Frage stelle, nicht danach noch 10.000 andere Fragen kommen. Weil, was ich auch immer sage, ich will meinem Coach keine Fragen stellen, die ich mir auch innerhalb von zwei Minuten selber beantworten kann. Also man kennt ja wirklich so, also es gibt ja wirklich die Leute, also ich sage immer den Leuten bei meinem Coaching, ihr könnt mich wegen alles fragen, aber schreib mir bitte nicht, wenn deine Haferflocken runterfallen oder sonst was, weil das kann ich dann auch nicht in dem Moment ändern. Also die Leute sollen einen anschreiben, wenn man Sachen beeinflussen kann. Aber Sachen, die man einfach nicht beeinflussen kann, zum Beispiel ich habe kein Hähnchen mehr zu Hause, es ist jetzt 23 Uhr. Ich habe aber noch Tata, ja dann ist halt Tata. Also so einfache Basics, aber sowas würde ich halt max nie anschreiben. Also ich denke, ich denke, da ist er aber auch, da erwartet er auch vom Profi so eine gewisse Grundlage, die man auch hat. Also dafür würde mir jetzt auch nie einfallen, ihn wegen sowas anzuschreiben. Wie gesagt, die Kommunikation würde ich, ich würde sie sehr ruhig, ich sage, sie ist sehr ruhig. Aber wenn ich bei ihm halt so in Hamburg bin, also ich bin meistens so alle drei bis vier Wochen da, dann nimmt er sich wirklich unfassbar viel Zeit. Also wirklich, habe ich ihn zum Beispiel darum gebeten, weil meine Form immer morgens viel besser ist als abends. Also ich bin so jemand, ich nehme über den Tag, nehme ich, also das finde ich wirklich ein Phänomen. Also ich stelle mich morgens auf die Waage, wieg 110 und abends wieg ich aber 116. Also wirklich, ich habe manchmal fünf Kilo Unterschied zwischen Nacht und Tag. Und da habe ich zu ihm gesagt, hey Max, du kommst morgen früh, will ich mir den Formcheck machen. Also haben wir frühs einen Formcheck gemacht. Da haben wir uns um 8 Uhr in Hamburg getroffen, im Gym, um 9 Uhr und dann hat er mit mir dann einen Formcheck gemacht. Also Max nimmt sich schon unfassbar viel Zeit, als wirklich ein extrem guter Coach. Das ist so schön, weil du das beschreibst, André, ich glaube, es zeigt auch einfach nur wieder diesen Weg, den du gegangen bist. Du hast halt jahrelang schon sehr viel dich selber in die richtige Richtung gecoacht. Und du brauchst dann vielleicht noch den neutralen Blick, den objektiven Blick, dass du jetzt am Ende einfach deinen Kopf ausmachen kannst und dich dann verliebt. Warum ich das jetzt so ein bisschen, so wie ich es eben interpretiere, mache, ich sehe das bei mir ganz ähnlich tatsächlich und ich weiß gerade, was du sagst, so in der Zusammenarbeit, total, weil ich glaube, ich bin da ganz ähnlich mit dem Stefan. Ich habe mich halt davor auch jahrelang selber gecoacht und habe dann auch lange geguckt, wer passt da für mich, der einfach nochmal, wie du jetzt auch gerade beschreibst, so ein bisschen das nötige Auge drauf hat und mich noch weiter voranbringt. Klar, aber man ist dann einfach schon an einem gewissen Niveau bei so vielen Jahren, wo man das Ganze professionell im Endeffekt schon macht, auch wenn man vielleicht noch nicht den Titel Profi trägt. Richtig cool. Vielleicht jetzt auch noch für die, die gerade zuhören, die auch sagen, boah, krass, ich möchte auch so wie ein André werden, ich möchte Bodybuilding, professionell leben, ich möchte irgendwann Profi werden, ich will einfach vorankommen. Also was hast du da so für Tipps, die du gerade jetzt auch in deiner aktuellen Rolle an die jungen Jungs da draußen mitgeben magst? Ich denke, der allerwichtigste Tipp, da kann es sein, dass wir uns vielleicht wiederholen, also der absolut wichtigste Tipp, denke ich, um erfolgreich Bodybuilding zu machen, ist die Grundlage im Leben. Also man braucht wirklich, man muss gefestigt sein, also wirklich eine basic Grundlage. und dann, dann wie gesagt, ganz entspannt anfangen, sich nicht so viel Stress machen lassen, also nicht ohne Stress aufbauen, Muskelwachstum dauert, also auch mal, ganz wichtig, einen Trainingsplan auch mal wirklich verfolgen und da mal wirklich progressiv dran arbeiten, also wirklich sich von Woche zu Woche zu steigern und auch das im Gehirn, einfach mal sich bewusst zu werden, okay, ich muss mich jetzt auch steigern, dann kann man sich auch steigern. Also manchmal denke ich, die Leute haben das gar nicht mehr so vor Augen. Also ich bin nicht der größte Befechter vom Logbuch, aber ein Logbuch kann schon helfen, sich wirklich, wenigstens die Grundübungen mal aufzuschreiben. Also machst du in Woche 1 110 Kniebeugen auf 5 und dann Woche 6 120 auf 5, ja, dann hast du dich gesteigert und dann hast du wahrscheinlich auch ein bisschen Muskeln aufgebaut. Also ganz wichtig, wirklich progressiv arbeiten, sich an die Ernährung halten, ganz wichtig, auch so ein Punkt und das heißt jetzt nicht, wenn man vor allem jetzt im Aufbau ist, dann sollte man sich auch ruhig mal was gönnen, da auch nicht zu verschärft dran gehen, weil ganz wichtig ist was, dass man das auch langfristig durchziehen kann. Also es bringt nichts, 10 Wochen alles nach Plan zu essen und danach nach der 10. Woche keine Lust mehr zu haben. Also wirklich auch was fokussieren, was kann man und dafür, da kommt dann wieder eigentlich der Coach, der dann auch sagt, okay, wir bauen die Ernährung so, dass sie passt und dass du sie auch langfristig durchziehen kannst. Das sind so grundlegende Sachen und ganz wichtig, denke ich auch, nicht alles konsumieren, nicht alles, was man ganz schnell gesagt bekommt, du brauchst das noch, brauchst das noch, brauchst das noch, also wirklich auf die Basics, also das ist ein leichtes Kalorienüberschuss, progressives Training und dann dranbleiben auf jeden Fall, und auf eure Regeneration achten. Das wären jetzt so die Sachen, wo man eigentlich schon mal echt viel mitmachen kann. Regenerationspunkt würde ich auch ganz wirklich nochmal sagen, dass es wirklich extrem wichtig ist, viele Leute, auch viele Jüngere schlafen wirklich am Tag vier, fünf Stunden, kamen, weil sie zum Beispiel am Zocken sind oder sonst was um die Ohren haben, das vielleicht wirklich mal reduzieren und wirklich mal sieben, acht Stunden schlafen und dann läuft das eigentlich grundlegend auch. Das waren so hochwertige Tipps, also wirklich danke dafür. Ich finde, da kann jeder, egal ob jetzt Mädchen oder Junge, was daraus mitnehmen und wenn es wieder ist, sich das wieder ins Bewusstsein zu rufen, weil wie schnell strudelt man dann halt wieder im Alltag rum und dann werden wir Stunden wieder von acht auf fünf reduziert. Ja. Was sind jetzt... Und ich denke noch, dass man sich einen Plan machen sollte, also eine Struktur im Leben, also Struktur auch im Tag. Also ich bin jetzt nicht der, der sagt, okay, es muss alles ganz, ganz penibel sein, weil dann geht es wieder, geht es ganz schön in so eine, auch so eine gestörte Richtung. Das bin ich auch nicht. Aber zum Beispiel sozusagen, okay, ja, zum Beispiel da und da gehe ich trainieren, da und da mache ich meine Restdays, schon so eine gewisse Struktur. Zum Beispiel, guter Tipp, am Restday gehe ich zum Beispiel mal einkaufen oder am Restday erledige ich Sachen, die ich nicht am Trainingstag machen will. Räume meine Wohnung auf, Staubsaug, keine Ahnung, mache die Küche sauber, mache das Auto sauber, dass ich das zum Beispiel auf den Restday mache oder am Restday gehe ich zum Beispiel zu einer Massage, einfach so, dass man einfach sich so ein bisschen eine Wochenplanung macht oder am Restday tue ich den ganzen Schreibkram machen, und dass ich an den Trainingstagen einfach ein bisschen Luft habe, meine Meals vorbereiten kann, einfach so eine Tagesstruktur einfach entwickeln. Das ist ganz wichtig. Das ist so hilfreich, weil ja, egal wie die Leute jetzt gerade aufgestellt sind, in ihrem Alltag und was für Berufe sie haben, aber Thema Restday habe ich ganz oft jetzt auch aus der Coachbrille, aber ich habe es auch von mir selbst, dass ich es kenne. Du hast ja diese eineinhalb, zwei Stunden vom Training nicht. Du hast dann da mehr Zeit. Und es ist halt einmal Punkt eins sinnvoll zu füllen, irgendwo auch effektiv dann auch, wenn man die ganze Woche betrachtet bei seinen To-Dos. Aber auch viele, weißt du, die haben ja dann das Thema in der Prep, weil dann denke ich voll viel über Essen nach. Ja, dir fehlen also zwei Stunden, wo du sonst im Training bist, da denkst du ja nicht über Essen nach. Allein eben gerade, was du für Tipps gegeben hast, finde ich total hochwertig. Wenn du so zurückblickst, André, das waren wahnsinnig hilfreiche Punkte jetzt. Was würdest du sagen, waren deine, ich sage jetzt mal, prägnantesten Fehler, Klammer auf, Fehler sind ja nur Fehler, wenn man es immer mal wieder macht, aber wo du halt am meisten daraus gelernt hast, wo du heute eben auch wirklich bewusst anders angehen würdest. Fehler Nummer eins, würde ich sagen, bezogen auf das Training. Ich habe sehr lange zu viel trainiert. Also wirklich, wirklich, würde ich wirklich sagen zu viel und nicht progressiv. Also das Training nicht aufgeschrieben, also null dokumentiert. Das war so ein Punkt. Da hätte ich viel mehr rausholen können, also wirklich das Thema Training. Ernährung würde ich sagen, da sogar so Sachen, nicht alles ganz auf die Goldwaage legen. Also ich war schon jemand, der hat es komplett auf die Goldwaage gelegt. Also einfach auch, ja, also ich habe dann auch nie außer Haus gegessen und wollte immer mein Essen essen, aber da bin ich jetzt eher auch so mal einer, ja, das macht eigentlich gar nichts. Oder auch hier einfach mal eine Soße drüber machen oder so Sachen. Da einfach ein bisschen freier einfach. Da nicht so alles so ganz auf die Goldwaage legen bei der Ernährung. Klar, Prep ist Prep. Da müssen sich auch alle drüber, also wenn euch euer Coach sagt, es werden nur 100 Gramm Spinat gegessen, dann werden auch noch 100 Gramm Spinat gegessen oder 100 Gramm Reis, nicht 110, nicht 120. Also Prep ist Prep. Aber vor allem im Aufbau da einfach so ein bisschen, so ein bisschen Entspannung reinbringen. Und ich denke, da ist kein Coach euch sauer, wenn man sich da selber auch so ein bisschen frei macht und zum Beispiel auch ein bisschen variieren. Also ich denke, jeder kann heute Reis und Kartoffeln umrechnen. Da macht man sich halt mal, keine Ahnung, Kartoffeln in der Heißluftfritteuse oder einfach so Sachen, einfach da so ein bisschen variabel zu sein. Genau. Das habe ich lange nicht gemacht, mache ich aber jetzt und das ist auch gut so. Ich finde das richtig gut, ey. Also mega krass, André. Ich glaube, da können ganz viele viel draus mitnehmen. Jetzt gerade am Ende auch, wenn die Leute dich feiern und dir dann hoffentlich auch folgen, wenn sie es noch nicht tun, wie können sie dich denn noch supporten bei deinem weiteren Weg? Ja, ja. Also es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir followert, zum Beispiel auf Instagram. Supporten könnt ihr mich bei Olymp im Shop mit André.de. Könnt ihr noch 15 Prozent sparen. Und ja, aber Hauptsache, ich würde mich einfach nur freuen, wenn ihr bei Instagram vorbeischaut und ja, meinen Weg verfolgt, da freue ich mich über jeden, der kommt. Richtig cool. Und ich bin sicher, André, das wird auch nicht unsere letzte Podcast-Folge sein, weil ich habe jetzt schon mir drei ganz wichtige Oberflüge notiert für unser nächstes Gespräch. Und da wird aber auch schon wieder einiges bei dir passiert sein. Deswegen bin ich richtig, richtig gespannt. Ganz am Ende kriegst du jetzt noch die Möglichkeit, André, ich mache es immer, da waren super viele Botschaften dabei, aber wenn du jetzt so am Ende ein weißes, unbeschriebenes Plakat hast und du darfst deine Botschaft an die Bodybuilding-Welt da draußen draufschreiben, was steht da drauf? Ein Wort. Es muss nicht nur ein Wort sein, es darf eine Botschaft sein, also es kann ein Wort sein, es kann ein ganzer Satz sein. Boah, da tapst du mich jetzt. Vielleicht echt einfach nochmal irgendwas an die Leute da draußen, die auch Bodybuilding-affin sind, sonst wären sie jetzt nicht heute hier mit dabei und würden sich auch für das Gespräch mit dir interessieren. Boah, schwierig. Ich suche gerade nach dem Wort. Vielleicht, ja, boah, echt schwierig. Kann auch noch ein Satz sein, kann eine Quote sein, irgendwas, wo dir selber geholfen hat, so, oder auch wenn du mal echt denkst, Alter, heute ist richtig heftig, schwierig, so, was hilft dir da, also einfach. Was mir da hilft? Ja. Ich habe hier, kann ich eine Geschichte dazu erzählen? Gerne. Siehst du die Kette? Ja. Und zwar diese Kette, die ist mein, wie meine Art, wie meine Art Nullpunkt. Also, kennst du diesen, diesen Film, wie heißt der, Inception? Ja. Mit dem Kreisel und das ist wie mein Kreisel. Immer wenn ich mal, wenn ich außer Gedanken komme, vor allem in der Prep und ich irgendwie Zweifel habe oder irgendwas an mir gerade mich ertappe, okay, das war jetzt nicht gut, was du jetzt gesagt hast oder irgendwas, dann erinnere ich mich immer an die Kette und die Kette soll mir einfach zeigen, okay, was, dass ich das eigentlich nur für mich mache, dass das nur Bodybuilding ist und versuche mich mit der Kette einfach wieder nach unten zu placen. Auch wenn man mal, keine Ahnung, wenn einmal die Sicherung durchbrennt, dann gucke ich mir diese Kette an oder dann sagen auch Leute, die mich kennen, gucke auf deine Kette und dann, ja, ziehe ich mich zurück und die Kette ist einfach so ein krasses Symbol, die habe ich schon echt lang. So schön und das war so viel schöner wie irgendein Wort oder irgendeine Kennkutschacht. Also diese Kette ist wirklich, die hat mir schon echt viel geholfen. Vor allem, wenn ich da sitze und auch mal Zweifel habe, dann ist die Kette einfach dafür da, okay, eigentlich geht es mir total gut. Eigentlich habe ich ja gar keine Probleme und ich bin froh, dass ich Bodybuilding machen kann und das erinnert mich dann einfach wieder die Kette. So schön, wow. Vor allem gerade das Thema Zweifel, ich, jeder, hey, wir sind Menschen und wir haben alle unser Päckchen, wir haben alle unsere Situationen und ich will auch, weißt du, da denke ich mir mal, man muss nicht unterscheiden jetzt, ich sage einfach nur ein Beispiel, wenn beim einen geliebter Mensch stirbt, beim anderen, der bricht sich's Bein, es kann für beide gleich schlimm sein oder auch für den einen irgendwas schlimmer, also ich will damit gar nicht unterscheiden, was bei den Leuten passiert, sei es ein Partnerschaft, trennt sich, whatever, aber es kommen immer Situationen, die nicht einfach sind, es kommen immer Zweifel, weil es ist halt beim Wachstum und beim Weiterentwickeln normal, es ist ein Teil davon und da dann für sich so ein Tool zu haben, ich finde das mega wertvoll, dass du das jetzt geteilt hast, weil vielleicht eine Kette kann für jeden was anderes sein, wo dann einfach eine Verbindung hin ist, also mega, mega schön, cool, jetzt weiß ich sogar, wenn ich mal mitkriege bei irgendeinem Wettkampf und bei dir ist irgendwas, dann weiß ich, was ich dir sagen kann, damit es nicht so ist. André, es war so eine tolle Folge und ich freue mich schon voll auf die Nächste und aber jetzt erst mal auch deinen Weg weiter zu verfolgen, den lieben Leuten, die jetzt bis hierhin beim Podcast mit dabei waren, sagen wir mal, Dankeschön, richtig cool, supportet den André, gerne auch uns in der Podcast-Folge, lasst Liebe da Leute, teilt die Folge mit euren Leuten in der Story, damit mehr die Möglichkeit haben, dieses inspirierende Gespräch zu hören und was für sich daraus mitzunehmen und ja, dann ihr da draußen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.